Das nächste Opfer werde ich sein. Ja, ich, der einzige Mensch, der ihn an den Galgen bringen kann. Herrlich, Bärlich! Und wie geht es weiter? Das wird noch nichts verraten. Wie soll der Krimi denn heißen? The Red Killer. Der rote Killer, Reizen! Dann sag mir wenigstens, wie du den roten Killer zur Strecke bringst. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich lass ich ihn erschießen. So einfach bumms und aus? Nein, 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 nein. Das ist zu wenig für den. Da weiß ich was viel Besseres. Man müsste ihn mit einer kleinen Laubsäge geben. Tante, Nancy. Wie kommt denn jetzt noch mitten in der Nacht? Ob das dein roter Killer ist? Aber Tante, du kannst doch nicht aufmachen. Wer denn sonst? James schläft und wie ich sehe, hast du Angst? Bitte geh nicht, ich rufe Frank. Nerven haben die jungen Leute heutzutage.